So für Rot-Schweiz. Erstmaler Spielstand 2 zu 3. Werft ihr Nummer 4? Wirk Jassmon. Komm, macht ihn rein. Mach ihn rein. Komm, links. So, rechts. So, rechts. Komm, 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 komm. Nein. Nein. Der Swingwatch kann elf Meter. Das ist nicht. Die Jungs-Käste! Die Jungs-Käste! Die Jungs-Käste! Die Jungs-Käste! Die Jungs-Käste! Die Jungs-Käste! Oh, die haben sich vernäht! Die Jungs-Käste! Und tief! Nein! Nein! Heute ist so für Rot-Vadessen zum 2. Bier drauf, wieder mal 8. Stefan Wubbel! Der muss jetzt rein! Der muss rein! Schöne Beute an! Ja! Der Raki macht den rein! Der Raki muss gehen rein! Das ist doch ein scheiß Spiel! Das ist doch Spiel! Ja! Dann machst du nichts dann nochmal! Also der Sarker hätte nicht als erster schießen dürfen! Nee, absolut nicht! Er will jetzt das rein noch lassen, oder? Nee! Dann können wir nach Hause gehen! Ja! Aber so wie ich das gerade sehe! Der macht den rein! Es bleibt spannend! Lenz halten! Lenz halten! 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 Lenz, was du sagst! Einer ist noch! Einer ist noch! Einer! Das gibt mir ja gleich wieder ein Getippe in der Fan-Family. Links rein.